Aufheben, jetzt bin ich hier in der Oberbahn, wollen die mich verarschen? Musik Das hätte ich verstehen Hallo? Hm Aha Huh? Oh, 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 oh. Oh, ich hasse es. Okay, was? Hä? Ich kann gar nichts mehr. Ich kann nichts machen. Okay, die Tür ist offen. Seitensitzt ein Kind. Das ist ein Kind. Oho. Das Kind sitzt noch da. Wer ist denn hier gerade hier los? Okay. Eine Puppe. Nee, die bewegt sich. Merkst du, die Geräusche sind von geil, oder Flensi? Oh. Äh. Er hat in einer Uhr an seine Gummipuppen verjessen. Also. Boah. Akt 2. Okay. Ich verstehe nicht die Dunkelheit. Ja. Hm. Die Geräusche sind geil, oder? Ich verstehe nicht die Dunkelheit. Da hinten steht ja jemand, oder? Oder ist das die Puppe? Die war vorhin nicht da, oder? Ach doch, die war da. Fürchte nicht die Dunkelheit. Heißt das, ihr soll die Taschenlampe ausmachen? Alles okay. Alles okay. Alles okay. Was sind denn die für Räucher, als ob ich hier hinten aufgehangen muss? Guck mir mal die Puppen mal an. Ich brauche etwas zum Öffnen. Okay, wir brauchen was zum Öffnen. Das heißt, wir müssen irgendwo ein Brecheisen oder sowas stehen. Äh. Das ist wieder die Puppe. Wir haben aber vorhin am Bahnhof gehabt. Da kann ich nicht ran. Ich brauche einen Schlüssel. Das ist wieder dieses Kind. Die Puppe steht anders. Oh, meine Fresse. Ich kann irgendwo eine Arschritze kicken, oder? Ich bin hier im Schlüssel. Hey, ihm standen da nur zwei Puppen hier, oder? Schlüssel. Ein Schlüssel. Friedhelm sagt gar nichts mehr. Was sind denn das für Räusche? Die machen mich Kürre. Lass dir Puppe. Kann ich ihn aber nicht nehmen, ne? Oh, oh. Äh. Nein, da war's. Oh, die Schlüssel. Was für... Wo soll ich denn jetzt den Schlüssel hernehmen? Liegt... Ach, da. Okay. Jetzt kann ich ihn nehmen. Was soll ich denn so besser machen? Aufheben. Was? Wieso? Ah. Okay. Brauenschlüssel. Ich hab da die scheiß Schlüssel. Die mir die nicht geben. Hä? Bin ich jetzt verarschen? Wie hat denn sie den Schlüssel? Es gibt drei Schlüssel. Kennst du das schon, oder was? Ach so. Ich so, ah. Kennst du das Spiel schon? Ah, da. Ah. Ach so. Hä? Was? Game over? Bin ich jetzt tot? Warum? Warum bin ich tot? Ich war gerade am Trinken einkippen. Nein, da ist hier ein T-Shirt-Spiel. Es passiert gar nichts bisher. Richtig rein, Volker. Wow. Woher kennst du das Spiel? Kennst du das Spiel schon? Nee? Aber woher weißt du das mit dem? Jetzt wünsche ich mir ne Pumpgun. Wer hat denn jetzt die Schlüssel? Oh Gott. Oder brauche ich die nicht mehr? Das ist die Puppe. So. Jetzt. Richtige Schlüssel. Wie bin ich denn vorhin vorgegangen? Hm. Toll. Ich bin ja tot. Aber ich krieg doch jetzt schon hier. Nee, ich kann die nicht öffnen. War denn der letzte Schlüssel? War doch hier hinten, ne? Ja. Bäh. Hm. Muss ich nach den Puppen gehen, ne? Was hat die einfach zeigen? Komisch. Vielleicht hab ich die gleiche Reihenfolge gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ist ja bei euch auch so laut, sonst muss ich das leiser machen bei euch. Bin nicht, dass euch das Ohr gleich blutet. Warte mal. Da hinten haben wir angefangen. Dann fangen wir jetzt hier an. Hey Baby, wo bist du? Gib mir den Schlüssel von dir. Hi Kyle. Okay, die kann ich zumachen. Machen wir jetzt so. Aber lass mal gucken. Also. Irgendeine Trude hat die meine Schlüssel. Blöde, ja. So. Null Linie. Du hast dich erschrocken. Ach, was meinst du, wie oft ich mich schon erschrocken habe? Wiederum hat sich bestimmt schon beäumelt. Die hat sich bestimmt schon beäumelt, ey. Der kann es nicht sein. Der kann es nicht sein. Der könnte es sein. Ich will mich verarschen. Welche Reihenfolge denn? Ich muss mal gucken, was die für Zeichen haben. Oder ob die Kopf haben, Halmkopf haben, ganzen Kopf haben, keine Ahnung, oder Zwiegkörper haben. Sehr laut, wa? Ist das zu laut bei euch? Das muss ich den Sound noch leiser machen. Ich habe schon auf 50% gestellt, ey. Ah, okay. Außer der Amp-Anfang-Dietwahl. Hier haben wir einen. Die sind nur drei Schlüsse, siehst du? Okay, die hat bestimmt Beschlüsse, ne? Ja. Außer der. Den nicht. So, warte mal. Außer der Amp-Anfang-Dietwahl. Muss ich den Einschlüsse nach dem anderen probieren, na? Kann das sein? Wie war, wie war das Gameplay, was du gesehen hast? Gut. Okay, lass mal gucken. Wir haben jetzt hier eine Erna, die keinen Schlüssel hat. Die hat auch keine Schlüssel. Wollte ich mich jetzt verarschen? Die hat einen Schlüssel. Nehmen wir. Braucht ihr richtig die Schlüssel? Aber ich kann ja nicht alle einsammeln. So. Geht auch nicht. Sieht auch mal aus. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Mal sehen, wie doll sie das geschnitten haben, wirst du? Ja. Ja, aber wenn ich drei Schlüsse nehme, bin ich tot. Ja, na, hier ist ja der Erste. Guck mal, hier ist der Erste. Hier bin ich jetzt durch. Hier fange ich an. So. Die hat keinen Schlüssel. Die hat auch keinen Schlüssel. Und er, sie hat auch keinen Schlüssel. Das heißt, erst ist weg. Das ist kein Schlüssel. Da sind die, 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 ach so, warte mal. Ich habe ja eh noch keine Schlüssel. So. So, ich fange hier an. Ja, hier bin ich durchgekommen. Die haben generell keinen Schlüssel. Doch, die haben keinen Schlüssel. Also, es würde bedeuten, den Schlüssel darf ich nicht nehmen. Ach, scheiß drauf. Wie macht das jetzt? Ich brauche keine Errungenschaften. Ich scheiße auf die Errungenschaften. Holstenscheinert. Ähm, äh, was? Warte mal, wo ist die, wo ist die Puppe? Da unten. Kann ich die nehmen? Nee, kann ich nicht nehmen. Willst du hier machen? Hi, du. Heißt du, Schnecke. Oh, Mann. Kommt jetzt wieder. Okay, das ist doch nicht. Okay, lass uns gucken. Hier, den wer? Kann ich hier anklicken? Ich kann nicht anklicken. Ich kann hier was anklicken. Okay. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ähm, äh, hallo? Äh, hallo? 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 Achso. Okay, gut. Hä? Äh. Und sonst, was denkst du von, äh, mit deinem Leid wird bestimmt der zweite Teil sehr geil, wa? Ist das hier auf jeden Fall passiert, wie ich die erste Puppe angefasst habe? Da ist auf jeden Fall was passiert. Aber, aber mehr ist auch nicht passiert. Weiter ging's nicht. Probier was. Okay, hier geht definitiv nix. Hier auch nicht. Wenn ich die jetzt anklicke, passiert nichts. Ich klicke bei sie an, passiert was. Achso. Ah, cool. Ich hab's. Okay. Okay. Hm. Wow. Was? Ah, diese Spreng. Ja, sie ist. Oh, okay. Das ist mein Mama. In der U-Bahn. Hm. Hm, 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 hm.